Trommelwirbel und Feuerwerk. Das große Finale beim BVB-Legenden-Derby. Vier Jungs haben es geschafft und sie werden euch jetzt erzählen, warum sie den Titel holen. Ich gewinne, weil ich auf das beste Pferd gesetzt habe. Ich gewinne, weil ich das beste Pferd bin. Es ist soweit. Das große Finale steht an. Wir wissen, wer im Finale steht, nämlich diese vier. Ihr habt sie gehört. Jeder ist wirklich fokussiert und will das Ding gewinnen. Warum auch nicht? Es geht um einen Riesenpreis. So viel kann ich schon mal sagen. Jungs, ein Ball, fast dieselben Spielregeln, macht es spannend und habt Spaß. Ready? Drei, zwei, eins, Finale. Sehr gut. Frühauf schon ein Dreier von Gio Reyna. Aber es wird auch verfehlt. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Das kann ich schon mal versichern. Stefan Chapuisar nimmt die Führung. Thomas Meunier, ja bereits erwähnt. Er war der Topscorer zu seiner Zeit. Einer der größten Stürmer, die wir beim BVB hatten. Und er scheint dieses Rennen zumindest dem Augenschein nach ins Ziel zu bringen. Es bleibt aber spannend. Jetzt ist er gleich auf mit Piszczek und Klos. Das könnte ein wirkliches Fotofinish werden. Und wenn man mal in die Augen von Thomas Meunier guckt, er ist komplett relaxed. Er spielt das ganz ruhig und souverän zu Ende. Aber jetzt zieht Lukas Piszczek vorbei. Was ist denn da passiert? Das wird ein wahres Fotofinish. An Spannung kaum zu übertreffen. Wer wird ins Ziel bringen dieses Spiel? Ein letzter Wurf vielleicht? Lukas Piszczek braucht nur noch einen kleinen Hopser. Oder ist es... Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Und es ist ein wahres Fotofinish. Also so einen Ausgang hatten wir noch nicht. Aber das ist der Preis. Und wir haben einen Gewinner. Man kann es nicht leugnen in Schmelle. Du hast dir diese, Emma, wahrlich verdient. Ja, Applaus. Aber jetzt noch mal. Das ist ja Wahnsinn, wie knapp das war. Hast du da noch dran geglaubt, nachdem es lange so aussah, als würde es Stéphane Chapuisar, also Thomas Meunier, machen? Ja, ich habe echt schlecht angefangen, muss ich sagen. Da habe ich schon Druck verspürt. Aber am Ende habe ich noch mal Glück gehabt. Ich glaube, Piszczek war im Geiste mit dir. Der wird natürlich live zugeguckt haben. Ich glaube, er hat richtig geschwitzt, wenn er zuschaut. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mehr schwitzt, weil du hättest dir was anhören dürfen. Aber das war mal ein wahrlich spannendes Finale. Guys, ihr all did great, good job, very close race. The best one actually we had, the closest one too. So, thank you very much. Wohlverdienten Applaus noch mal für Marcel Schmelzer, den Gewinner unseres ersten BVB-Legenden-Derbys. Da ist sie. Was glaubst du denn, wer gewinnt, Marco? Auf jeden Fall Zorki nicht, das ist ja schon mal klar. Zu langsamer. Oh, Michael Zork sei langsam. Ich hab Zorki, ich... Wir müssen uns zwei setzen. Cut, cut. Wer verdient Letzter ist, ähm... Michael Zork. Aber so nah war der Zorki noch nie am Ziel. Ghetto. Bis zum nächsten Mal.